kameras da sind zombies draußen die fressen und sonne da ist noch einer ja da kommen noch welche die johnny hinter dir ja mein gehad die was für ein scheißt damit spielen jetzt durch jetzt müssen wir noch durch die stadt ja da war ein typ ich habe mich erschreckt zu diesem unfall kommen ein typ ich wusste lehrt hast du er drücken und ich sah diesen zug und ich nahm ihn mit meinem gesicht wie solchen da lehrt hast du und er wie solchen damit ich musste a und x drücken ich hätte ja nicht gedacht dass hier irgendwie noch zukommt sie haben die macht der blitze und das feiert auf ihrer seite ja dagegen habe ich zu da ist noch einer mit rohr sein sie wieder ruhig so ich gehe von der ecke da geht weg von da und schon wieder du bist der unterstand da ja ich war auch die ich habe einen weißen lichtblitz gesehen es tut mir leid es ist böse luft und das sind so ich bin auch ich damals mit leon er das 1 wird ein zombie getroffen und direkt durch die vollen überschlag gemacht mit der maus ja jetzt können wir hier weiter ich habe beim schrot gewährten den generator getroffen ja ich habe aber auch darauf geschossen nein nein scheiße ich weiß nicht wie ich zu dir rüber kommen soll ich glaube es gehen ich kann jetzt nichts machen ja ich muss die nämlich tragen die feinde mir was ich muss mich jetzt ach du heilige scheiße man ja warte wie macht man hat ich bin ich in sich ein daran ja jetzt rücken freiheit ja dann er hat echt mal schön wenn ich grotes kraut finden würde ich schaue einfach so zu reden darüber geben daumen gut was ist gerade passiert ich musste auch drücken aus dem weg alter ich mache immer noch einfacher ich muss immer so ich gehe dadurch ich gehe dadurch was hier nein ja das sollte natürlich nicht warten wieder aufstreben ich bin nicht aufgestanden der zombie hat an meinem fuß geklappt und dann bin ich aufgestanden jetzt haben wir eine kurbel ziehen deswegen ach so dass das feuer für mich ausgemacht dankeschön hilfe bist du bist so wahnsinnig ich habe ich genau gewusst wie das funktioniert ich muss die ganze zeit kurbel ja ich brauche eine kurbel ja ich komme schon ich komme schon ich so schaue ich so schon ich suche ja ich habe eine kurbel habe ich gerade abgenommen mein kollegen was du gerade an der kurbel gedreht ich muss irgendwann abstellen war so sorry tut mir leid tut mir leid dass ich dich aufgespießt ja kann natürlich kann allen passieren bei mir schon gerade finden sie ihren partner er hat die kurbel in der hand gehabt der liegende zombie der hatte die die kurbel in der hand dann kannst du die aktivieren ich glaube in der langen oder lebsam lebt sich selber wieder keine ahnung er hat mich angepasst das ist irgendwie nicht ein tag so irgendwie ist aufgespieß wird geschlitzt von diesen klingen ja dann werde ich auch noch aufgefressen und auch noch angefasst großen dinge heißen angeblich ich weiß halt nicht richtig wie man sich juckt was für ein scheiß so eine scheiße was kann jetzt noch kommen beim öffnen der luke wurde das flugzeug durch den druckverlust destabilisiert sie müssen die steuerung übernehmen was ich habe befürchtet dass sie besser wenn ich noch mal eins sagen darf ich bin ein pilot was soll ich jetzt noch keine ahnung was ich machen wir haben und komm schon schauen saliro du kommst klar dahin was muss ich tun ich weiß nicht was ich tut ich wusste nicht das fliegen so stressig ist das war ich nicht diese folge wird heißen master der pilo so nächstes haben wir gewonnen habe ich gewonnen ich konnte ja nicht mal helfen lassen so irgendwie so v drücken oder irgendwie so ja ich hab das timing verkehrt ich musste doch rt drücken ich weiß es funktioniert noch mal schön ich glaube für einen schritt zu weit gegangen fünf minuten im spiel du bist ja ich bin zu ich bin zu nah an den nebel du sollst du dich das gas einatmen schädlich was ist auch so wunderschön aus ja genau das ja in ordnung ja nicht zu nah dran ein kleiner tipp ja musst du mir nicht sagen aber weiter schon wieder vom zug getroffen ich muss eben einparken perfekt der weitere bürger lang eine bilderbuch landung ja ich habe ein sicher ja ich habe einfach alles gedrückt meine finger waren schon die waren schon alle auf der tastatur aber ich muss jetzt mal gucken was wollen die 30 da drücke der tyrannosaurus simmons das wäre so ein armen märchen sind auch wie so ein viecher aus das monster anzahlen wird aus wie den devil job hat ja auch von capcom ist also ich glaube nicht noch mal ich habe die ganze zeit aufgeschossen also wer war ein bisschen unbeeindruckt es gericht es gericht es gericht es gericht ja ich bin das und das und das und das und dies ich bin ein maus da und der störer des und die dann als das dlatego dass und den ihr von den ihr den ihr sie gut okay abschiedsgeschenkt ticket wenn wir es erreichen können da kommt noch weit es ist nicht dein ernst ich habe das gefühl du willst jetzt einfach nicht begreifen als hermann ja dann müssen wir erst mal ein paar beiden von den abhacken ich bin schon einmal arbeiten jetzt mal soll ich mal der verspürt mir den weg mit seinen arm ich stehe fest ich stecke fest ich bin genau da wo den sein arm jetzt kann er sich aber dann war ich auch noch geklatscht von dem rein da weit ich bin abgeprallt ich habe den blitz am leiter in der hand aber ich bin meinen in seinem mund gerade abgeprallt was gehen die mittel versuchen wir jetzt ganz lange haben ich weiß nicht wo steckt meiner seite wahrscheinlich die augen die noch kaputt sind und der brille okay versuchen wir noch mal ich habe keine ahnung wie wir den final buster platt machen er hat es absolviert es steckt in seinem auge das war ein blitz eingeschlagen ja ja nicht schon ein bisschen einfacher raketenwerfer finale hallo ich habe immer noch ich bin eine überdimensionale große fliege raketenwerfer ich habe auch ein jes aufs auge ich glaube es war es da hat sich ja das ist ja wie in jojos besagt mensch perfekt perfekt die säule färbt sich rot nein ist es etwa das zeichen von symbolisch umbrella für dein make-up ja genau wenn ich sie wiedersehe gebe ich sie zurück das sagte er auch schon in resident evil 4 alles tode schneller ich habe noch alles auf kommen bevor ich sie aufs baue geben ich bin so viele leute ja ich will die anderen leute die geht da ich kann die gar nicht unzeneinander halten ja tschuldigung hey was geht da den 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 es und dann ja wir haben in zeitlimits das gebäude auf den kopf gefallen jetzt hat es der dezember eigentlich abend republik osteuropa fröhliche weihnachten master danke dir ruft ihr auch kapital ja ich habe schon gedacht so in der nähe seiner füße rumlaufen ist vielleicht nicht so gut ich wollte über sprung so viel scharf hätten ja ich habe einen kollegen was passiert wir werden uns darum kümmern sein fuß in mein gesicht das ist nicht die beste kopf hoch ich wollte gerade nur sagen so kommt so ein bisschen näher ich habe nur so ein erster hilfe ich wollte uns beide mal so heilen aber ja der ding voll auf uns geworfen ich guck dir die kamera und die daumen nach oben das könnten sie gerade sein ja ich habe den spielplatz gefunden das spielplatz gefunden naja ist hätten wollen sie mit mir rutschen gehen ja ja pierce eine sekunde hatte ich mach mal hat ich rutsche ist da überhaupt hochgekommen hast du die kamera hochklettern ich rutsche so hat er gesehen noch mal ich habe es nicht gesehen ich war in meiner katze drin aber ich kann hier reingehen okay zeigt mir wie du rutscht naja gemacht 321 aber nicht nicht runter kommen würde nein nicht warten jetzt aber die sagt mir aber schade ich dachte auf die dinge mal reiten gesehen warte 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 das musst du sehen was auch was auch sehr gut wir haben einen auftrag hier oder amüsiert jetzt kann man wieder ja so mich bekämpfen da kommt ein bisschen spaß muss auch sein vorher würde ich gerade sagen so was von unserer menschalität ja tun ja dafür brauchen wir zwei leute hat immer schon halb offen ja weil ich sage das hätte ich nicht sogar leider aufgemacht jetzt passen sie auf soldaten verdammt ist nämlich ausgenockt jetzt muss ich stärker zu treten was habe ich gehört hör auf nach mir zu schreien jetzt packen ich glaube du bist schon so elegant trotzdem stehen sie uns im weg wenn wir es zu dem gebäude schaffen hier will ich doch einfach gelaufen so hier bin ich irgendwo gestorben genau das war okay man musste schnell sein ja wenn man zu langsam ist ja aber diese gazellen sie waren mit weg hallo hallo nehmen sie die waffe ich gehe ans steuer was nein 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 warum ich nehme eine abkürzung aber ich bin der bessere fahrer ja ja nicht wieder davon kommt auch da einfach die scheiben kaputt ich brauche ein eimer aber ja ja gerade ein bisschen tod also ja wenn sie ein bisschen später vielleicht noch mal sich wiederholen nur anrufen aber muss ich dir jetzt fahren ja was ja auch nicht wieder davon kann ich wollte einfach mal fahren ja da wollte ich zu lassen hier ist voll über die ruhe gefahren du immer mit deinen fahrzeugen und ein parkungen ich habe perfekt eingepackt ich habe ihn erledigt glaube ich nein 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 er versucht mich zu treten er hat sich getreten meine augen ich sehe nicht damit das war eine granate ich habe mich gerade verfahren er hat er hat mir das hat er mir einfach so das rückgrat gebrochen ja ich musste gerade kurz rausfinden wie ich meine granaten wechseln konnte die wien die wien die wien ich habe nur ein mehr brauchen wir nicht eine minute werde ich ja ich lebe doch ich bin jetzt gewicht gestanden bist du seid was ist denn für die kamera wie ist das mit dir passiert bei jungen ich habe keine ahnung ich bin so richtung kamera gelaufen auch gott als besuch der so knapp bei mir mit dir warum ich habe nicht eine sekunde schreckt eine hand auf und kriege ich dich noch mit der tastatur zu steuern ist so komisch das ist irgendwie nicht den tag wo müssen wir sagen dann nach oben ja aber den gezogen hallo ich konnte nichts drücken wieso konnte es drücken jetzt haben wir ein unterwasservulkan stand so vorhin ging das ganz langsam von mir zugegangen also ich bin darunter durchgerutscht also erst mal klettern ich gehe einfach durch ja ja und jetzt also ich komme da vorbei ich mich da durchziehen oder ich konnte nichts machen vielleicht musst du da durchrutschen also ich mache das die ganze zeit er drückt den knopf zum rutschen eigentlich so steht doch da unten dran nein wie bitte wie das steht nichts ich habe bei mir da ein fotografier stehen das spiel hat ein glaube ich nie funktioniert jetzt erwarten er hat mich mit seiner riesigen patschen hat gemacht er ist eigentlich mit riesen händen riesenfüßen die ich zerquetschen ich hatte mal lasst mich eben alles nachladen okay eine exklusive grad habe ich noch so wechsel ich eben auch die pistole der kerze quetscht mich muss den captain retten muss mich injizieren mit virus bist du verrückt was mich sterben sie haben mich sterben lassen diese kräfte erst gerade bekommen ich muss gucken wie die funktionieren ich bin sehr viel stärker als du daumen nach oben was geht es wir haben ja nein nein tun sie das nicht das kann nur einen kämpfen geben ich bin chris redfield nein ich werde unsere zeit auf den spielplatz nie vergessen kämpfen nein ich auch nicht nein nein ja ich habe sie doch gesagt ich heiße nicht so sie halten jetzt per 2 ja ja so ich gehe jetzt aus dem selben klub raum der ich letztens ein stell angefangen habe aber jetzt bist du ein verwandelter mann ja kein trunken wollte wir haben es geschafft rang b 50 millionen dollar nicht verhandelt dafür kriegt ihr eine ganze flasche 50 mille so kann man auch reich werden vielleicht eine ganze flasche ins gesicht nein du lebst dass die welt zu hätten stimmt doch gar nicht wenn ich deine eltern nicht erzogen die welt zu retten alles klar bei dir ja nur ein paar schüsse in den rücken was hauen wir lieber ab okay ja machen wir dann doch hau 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 ja die welt ist verloren ok jetzt schon er heißt elefanten schlechter weder ist ist diese story sehr viel schwieriger als als man denkt dass sie ist oder 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 wir sind halt einfach wirklich super scheiße was würdest du sagen mal schauen ich sehe nicht es wäre nicht es war ein versuch wer noch ein fahrzeug für den master ich will auch ich bin ja runtergerutscht ich glaube es ist halt ein paar kröter wie es aufgefallen hier in dem hier ist das nicht bewegen hätte nicht bewegen nicht verringen wenn wir nicht ich drücke lieber gar nichts kannst du aufsteigen nicht wenn wir nicht schnell du kurs jetzt hier durch die gegend und ich muss zu fuß weiter laufen natürlich ich bin der coolste wenn ich mich aufgefallen in meinem in dem letzten part hier von chris ja als wir irgendwie verfolgt haben also irgendwie als chris auf einmal fahren wollte und du am steuer was den dreck nachdem du am steuer was gab es schon wieder ein unfall ok die die fahrer mit ihren schnee mobil hier durch die gegend und außerdem ich will auch ich will auch also der mann als schnee mobil meins aber um auf meine frage zurück zu kommen welche willst du einfach mal der hervorragenden fast die frage stellen ich möchte nur mal andeuten ich war ich war in dem part auch am fahren also weil du irgendwie hat steuer angenommen haben wir den crash gab kann ich auch fahren wird ja aber trotzdem wenn ich immer noch sagen darf als du gefahren bist es der entkommen ja als du auch da haben wir den unfall gebaut ja aber aber als schnee wo wir verloren ich auch verdammt aber aber als als du gefahren fahren das ist der entkommen die mission war gescheitert aber wir haben keinen unfall gebaut ja aber trotzdem ich glaube wir drehen uns im kreis bin es nicht man sollte uns nicht ich glaube wir sollten nicht streiten wir sollten einfach weitergehen müssen wir noch hier sieht so wichtig aus sind zu viel zeit zum rutschen stelle bevor jetzt würde man zu dazu weit rutschen dann fliegt man den abgrund und man ist tot könnt ihr jetzt waren unseren romantischen moment zu steuern das ist schon wieder sehr verlocken für dich nicht so ich habe steuern ich verpasse leider alle ich wurde erwischt ich hätte vielleicht doch ein bisschen weiter rechts bleiben sollen ich bin schon gegen drei bäume jahre gedüstet ich glaube da wird nichts für mich nein mein vater mit der lawine gekreutzt das ist mir auch voll passiert jetzt weißt du wovor ich rede ich habe auch jede sekunde da untergefallen glaube ich weiß nicht wo man erheben muss alles geht kaputt ich habe auch jede sekunde da untergefallen glaube ich weiß nicht wo man erheben muss alles geht kaputt ja auch wenn es eine schlechte idee ist ich versuche ich verstecke mich auch nicht allerdings aber noch am leben glaube ich aber da kommt er angerannt kommt er auf mich los angesichts der gewalttätigkeiten in dieser szene zeigen wir ihnen lieber eine dokumentation über langusten ganz im gegensatz zu der weit verbreiteten meinung ernährt sich die languste ausschließlich von meeresfrüchten das hindert sich jedoch nicht daran sehr menschlich zu bleiben was war das kommt auch nicht los ok ok kapiert vater müllton versteckt jetzt auch voll entschuldigen sie einen moment ich war auch eine mülltonne die noch nicht voll ist warum habe ich sofort eine bildung gefunden erst mal gucken welche bildung voll und welche leer ist jetzt aber auch lang genug gedauert deswegen erlauben laufe mit der niru dass ich noch eben die tür für dich öffnet okay da kann man anschließen schlangen symbol ja 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 mitte doch machte ich noch praktikier das war überhaupt nicht gruselig zeit zu rennen wenn ich auch auf unser endresultat sehen um zu sehen wie oft wir gestorben das ist doch echt lächerlich wir haben es geschafft aber gerade so ja er ist ganz sicher bestimmt jetzt auch endgültig tot 6 7 8 9 10 weil ich mit der menschung der hat mich einfach nicht in ruhe der habe ich die ganze neue klatscht man ich habe schon jetzt angst wirklich jetzt auch noch ein hubschrauber das leben sagt mir ich hatte angst haben dass wir am feuer haben sie doch keine angst war es voll schwierig zu schießen möchtest du möchtest du lieber fahren ja bitte a feuer raum brenn ich natürlich vorher gefahren ja ich bin schon wieder ich habe genug sachen mit dem ich hier ankämpfen ja die muss man ausweichen wo ich jetzt mal raten ich bin ein guter fahrer ja genießen den ausblick der scheiße na den hubschrauber 100 motorrad sehr schwierige frage ich halte mich ich halte mich mit einem haben dann können wir auf dem motorrad nein ich bin wieder auf dem motorrad eine so konnte wir auf dem motorrad und dann passiert mir so glaube ich mal die auf dem hubschrauber sein ich hatte mich nicht schießen ich habe gerade den spaß weil ich da kommt ein auto da ist da kommt ein auto sehr gut gearbeitet warum wird denn eine ganze armee auf uns gesetzt und panzer der motorräder ich habe ich bin gerade um tausend jahre gealtert okay was für fahrzeuge hatten mehr und nicht mehr bote hat man schon boote aber ich bin auch gerne bereit ein boot zu fahren ja ich weiß ich mache ich mache meine schwimmen möchte schon mal bereit also ja super meine freude hält sich nicht in grenzen das schwingt etwas hinter uns weiß nicht wo er wollte ich gerade vorwarten steuer ich konnte nichts tun ich konnte nichts tun hallo ihr wollt mich doch verarschen eine rechnung waffel meine 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 bringe es zu ende los warum warst du da am laufen du hast aber wir haben laufen du hast nicht gerettet ja weißt das oder danke aber wie romantisch ja wenn hinter uns ein strom von lava ist ja es gibt nichts romantisch entspannter flug mehr will ich doch nicht 50 dollar das habe ich jetzt gerade nur wegen einem taschengeld gemacht ich habe die sonnenbrille ausgesetzt weder vater oder sohn da macht er mir auch das nächste gefährt das bereits im crash ist ich hatte ich habe röskers sonnenbrille auch dann ist er in einem ausdruck ich habe gerade gesagt ich kann ich kann mit keiner türe interagieren ja ich habe dich schon mal auf da kannst du ja auch mal oder nein nein nicht das scheint nicht meine ausbildung als agent ich mache hier mein pokéball rein und dass ich raus bin mein pokéball ist wieder raus ich bin voll weg in business hoch da ja da ja leider da da hoch und wieder von welcher seite muss man oben da von der seite ja kamera wechseln ja nein ich glaube ich bin tot ich bin tot oder ja 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 wahrscheinlich wahrscheinlich weil du noch nein geschrien ist ich habe mir gar nichts ich bin glaube ich bin warte ich habe dir ich kann dir nicht helfen aber auch auch ich habe ja entschuldigung aber meiner vielleicht wirklich ich habe vergessen zu dingen zu wechseln zu meinen normalen nein 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 warte ich bin nur erledigt Moment macht jetzt reichen wir wie sollen wir mit einer solle biebel so probleme wo ist das fisch wo sind das sind zwei von denen sich gerade ich hatte nicht okay so mal kaputt das ding hat jeder feine bock den mann so jetzt habe ich jetzt mein gott meine fresse okay will ich meine lage das ist doch wieso kann ich mit nichts interagieren ja schießt auch mal auf was auch was zu tun so ich meine genau das war etwas von der action ja ich mache was kaputt ich meine danke also gut gemacht ich habe es gemacht genau ok wie die erste reaktion ist erst mal dagegen zu treten was ist diese tür und ich ja dann kannst du darauf nehmen wenn ich auch mal ich kann nicht drauf passiert nichts später ich weiß es ja was du kannst das teil schieben ich habe es gerade nachgeguckt du kannst das teil schieben dann fällt der typ auf den schalter drauf der typ ich habe es gerade eben nachgeguckt ich glaube ja so steht gut jetzt schießen wir drauf weil ich schieße mal drauf oh mein gott ja ich habe meinen teil dazu gerade beigetragen bitte sehr 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 ja wie soll ich denn helfen ich schieße die beine weg wie gut dass sie sich so fucking langsam bewegen wer geht es ausgezeichnet war er hat mich angekotzt das ist ja okay auf der seite jetzt der könnten sie am hebel ziehen danke ich bin bin ich in der lage wird die einem hebel zu ziehen es ist so bescheuert leon ganz mit auf mich warten hat ein alter warum wartet leo nicht auf mich wir sind hier ja 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 auch der lute haben ich wollte nicht getroffen ok ich kann ratschlag machen da wohnst du getroffen ich kann mich gar nicht ich kann gar nicht auf dem boden drucken ratschläge machen und noch mal die abschließen schon auf der seite deswegen weiß ich nicht na nein mission fehlgeschlagen ja gar nicht reagiert aber mir war kurz gleich das bild eingefroren weil er halt das spiel im laden musste war mein gott ist voll auf uns zu geraden ganz wir haben großes rätsel gelöst mit einer wohn in der letzten folge das war ganz schön nervig es ist ja nicht so als ob ich hier in einen guide geguckt hätte und oh mein gott es ist der spielplatz wir kommen nicht hin doch kommen oder doch es ist jetzt nicht so aus derzeit noch mal all diese lustigen themen wir werden sie alle wieder sehen ich habe es auch das war teil meiner ausbildung ja ja die fücher also was wir immer auf der animation heraus mit auf die ganze zeit was ich lustiger glitsch nein was passiert Das war so eine komische Szene gerade. Wo ist das? Danke. Danke. Ich dachte, der hat uns aber nicht ausgebrochen. Komm mal. Ja. Wo ist er? Da ist er! Haben wir es geschafft? Oh mein Gott! Oh Mann! Oh no! Zug! Zug! Oh! Linke Mord. Aua! Au! Ja. Ich hatte meine Hand nicht an der Maus. Quick Times Events. Oh, wir sind direkt noch mal dort. Ha! Ha! Das ist gerade da. Oh, schon wieder tot. Ja, ich dachte, wir standen ja wieder vor dem Kampf. Ich dachte, wir standen ja wieder vor dem Kampf. Ich denke, beim Quick Times erwähnt. Ja. Da war ich auch keine Schlutz. Äh. Da war ich auch kein Schlutz. Und was ein Gegner hier drin? Was? 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 Was ist denn los mit uns? Knopf hier? Nee. Noch mehr Scheinwerke? Nein. Ähm. Ähm. Ich kann mich nicht bewegen! Knopf hier. Hi! Stirb! 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 Du Schwein! Stirb! Der kommt gleich auf. Ich hab keine Aufsform, der. Mach den Schreis! Alter, bitte. Boah, was ist denn da? Was ist denn los? Boah, danke! Boah, weil ich gerade ist da runtergesprungen. Boah, weil ich gerade ist da runtergesprungen. Ich war, ich war, ich war noch nicht mal am landen und schon sterb ich, ey. Was zum? Boah! Boah! Das kommt vom Best-Luss-System-Tode. Ja. Boah! 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 Was hat sie denn gegen uns? riessvertret! Boah. Boah! Boah! Wahh! Boah! 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 competency schon! ja geklappt ich hoffe du wolltest ja raus 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 bringen uns einfach raus ich bringe uns raus ich habe es besser gemacht als du ich glaube nicht kannst glauben was du willst ich habe besser geflogen gestorben sind ich nicht klappt perfekt ein aufschub löchen warum bist du schon da noch ich habe schon wieder geflogen wir kommen zurück leon ich sehe nicht nicht passen man kriegt nicht immer was man will simmons nein schluss und tschüss man muss immer nach vorne ja und jetzt ist er ganz sicher ganz bestimmt tot ja es fliegt er gegen himmel verstehst du es ja telefon ein auftrag klar ein gerade freigeworden ich glaube wir sind fertig ja ich glaube wir sind fertig ja wir sind sowas von fertig wir haben es geschafft weißt du das ich weiß nicht ob das könnte werden können wir uns auch in den kommentaren antworten oh gott du musst immer lauter das wird wirklich immer ich weiß gar nicht ob man uns am ende so gehört hat boah ey was galt aber auch in der ohrmuschel ey also kannst du überspringen danke ja geht automatisch geht's nehm ich an ja stimmt es es kommen ja noch ok wir sind es zex das mit bu Untertitelung des ZDF, 2020